Jo Leute was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern hat Blizzard ein neues Event announced. Vom 1. September bis zum 5. September werden wir nämlich 25% mehr Gold Income und 25% mehr Erfahrung bekommen. Wie genau das gerechnet wird, ob auf die Base-Erfahrung oder auf irgendwelche Multiplikatoren haben sie natürlich nicht gesagt. Auf jeden Fall 25% mehr Erfahrung und 25% mehr Gold. Wissen wir auch nicht auf Verkaufspreis beim Gold. Werden wir dann alles am 1. September sehen. Außerdem wird heute Abend ja das Update kommen mit den Änderungen zum Crowd-Control-System. Da hatte ich ja letztens schon mal ein Video zu gemacht. Die Patch-Notes sind ja schon seit ein paar Tagen draußen. Heute Abend launcht der Patch 1.1.3. Wird also spannend, wie sich das im Spiel anfühlt. Außerdem natürlich ganz viele Bug-Fixes, die mit dazukommen. Ein paar Legendary-Drops wurden adjusted bzw. gefixt, die vorher nicht gefallen sind, gerade bei Warscharm. Also nächste Woche, wenn ihr noch die Trophäe haben wollt mit dem Hardcore-Charakter, ich hab's gestern schon mal gesagt, dann lohnt es sich ab dem 1. September nochmal ins Game reinzuschauen. Ihr spart ein Viertel der Zeit, um einen Hardcore-Charakter auf L50 zu bringen. Wenn ihr da die Trophäe noch braucht, solltet ihr jetzt auf jeden Fall mal wieder ins Game schauen. Wenn ihr noch ein bisschen Gold farben wollt, für Season 2 vielleicht, ist jetzt auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt. Wir wissen nicht, wann so ein Event vielleicht nochmal kommen wird. 25% mehr Gold klingt vielleicht im ersten Moment nicht so viel. Aber sagen wir mal, ihr farmt 100 Millionen in der Zeit, dann habt ihr 25 Millionen einfach so umsonst dazubekommen. Das lohnt sich dann schon. Deswegen auf jeden Fall zwischen dieser Zeit um 10 Uhr geht's los am 1. September bis 10 Uhr am 5. September. Das heißt, jetzt das Wochenende und Montag, Dienstag, glaube ich, wird es 25% mehr Erfahrung und Gold geben. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, 25% mehr Drop-Chance auf Unix und vor allem auf das Uber-Unix. Dass man da vielleicht auch mal eine Chance hat, das zu bekommen. Rob hat ja gerade einen Uber-Unix bekommen und dann auch noch den Großvater. Das hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Erfahrung und Gold ist genau das, was, glaube ich, die Diablo-Spieler, die schon lange spielen, am wenigsten brauchen. Gold, klammere ich mal ein bisschen aus. Gold ist immer gut, weil alles so extrem teuer hier ist. Hätte dann vielleicht einfach mehr Sinn gemacht, die Preise mal ein bisschen zu adjusten und das overall und nicht nur für 5 Tage. Das ist aber ein anderes Thema, wo hier gerade der Hund ist. Hallo. Hallöchen. Lasst mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Würdet ihr euch solche Events öfter wünschen und dann vor allen Dingen auch mal vielleicht mit einem Magie-Fund-Bonus anstatt einem Gold-Fund-Bonus und Erfahrungs-Boost? Würde mich sehr interessieren. Lasst ein Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin ab nächster Woche im Urlaub. Da wird es dann nur vorproduzierte Videos geben. Also nicht wundern, falls irgendwas announced wird, werde ich es auf Insta, Twitter und so und Discord teilen, aber nicht in einem YouTube-Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.